Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu meiner heutigen Sondersendung. Na, sind Sie auch schon so aufgeregt? Spüren Sie es auch schon? Also ich muss schon seit ein paar Wochen wieder jeden Abend einen Extrabecher vom Messwein trinken, dass ich überhaupt ein Auge zubekomme. Aber Ihnen wird es ja schon ähnlich gehen, denn es steht ja das große Reformationsjubiläum vor der Türe. Na gut, das ist jetzt erst 2017, aber da muss man sich ja schon so emotional und geistlich drauf einstellen. Die ganze evangelische Kirche ist schon aus dem Häuschen. Und das alles verdanken wir unserem guten, lieben Reformator Martin Luther. Ja, der Herr Luther, das ist schon ein toller Kerl. Deshalb wird er auch schon seit dem 19. Jahrhundert so richtig verehrt. So als moderner Kämpfer für die Unabhängigkeit und die Aufklärung. Ja, genau das hat er uns gebracht. Aufklärung und Unabhängigkeit. Ja, ja, der Herr Luther, der ist ja schon so populär. Von dem gibt es jetzt ja 2015 schon eine eigene Playmobilfigur. Und wenn man das schafft, mal eine eigene Playmobilfigur zu sein, dann hat man es wirklich weit gebracht. Das ist ja auch wichtig, dass man auch gleich mal den Kindern so einen Martin Luther präsentiert. Dass sie den auch kennenlernen und ihn dann auch so als Vorbild haben. Denn der Herr Luther, ja der, der war seinerzeit schon richtig voraus. Und hat sich auch nie gescheut, eine Position zu beziehen. Zum Beispiel, als da damals diese blöden Bauern gemeint haben, ja, wir müssen hier einen Aufstand machen, weil die alle so doof sind zu uns. Da hat der Herr Martin Luther gleich gesagt, in seiner Schrift, ob Kriegsleute in seligem Stande sein können, von 1526, Wenn es rechtmäßig zugeht, hat die Obrigkeit mit ihren Untertanen nichts anderes zu tun, als das Recht zu bewahren, Gericht zu halten und Urteile zu fällen. Wenn sie sich aber empören und auflehnen, wie es jüngst die Bauern taten, ist es recht billig, gegen sie mit Gewalt vorzugehen. Also der Herr Luther, der war schon immer mehr so ein Fan von Obrigkeit und Unterdrückung. Also wenn es halt seinen Vorstellungen entsprechend entsprach. Aber auch was die Meinungsfreiheit angeht, da war der Herr Luther schon ganz weit vorne. Für die hat er sich immer stark gemacht. Also außer natürlich des wahren Ketzer. Also Leute, die jetzt nicht das gesagt haben, was er wollte. Über die hat er nämlich geschrieben, Sie sehen schon, da spricht er nicht mal nur mehr die Ungläubigen an, sondern auch mal noch eine andere Religion, nämlich so die Katholikin. Aber was so den Dialog zwischen den Religionen angeht, da war der Luther auch schon wieder sehr vorbildlich. Zum Beispiel, wenn es da um die Juden geht, die es ja damals auch noch gab hier in Deutschland. Da schrieb er zum Beispiel 1543 in seinem Werk Von den Juden und ihren Lügen, also schon ein sehr ansprechender Titel, Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und, was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, Dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe, ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, Damit Gott sehe, dass wir Christen seien Und solch öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern Seines Sohnes und seiner Christen Wissentlich nicht geduldet noch gewillt haben. Schön. Schön, dass der Herr Luther hier wirklich so klare Positionen fürs Christentum bezieht. Darum wird er ja auch von den Christen so verehrt, weil er nämlich so ein toller Typ ist. Aber auch im sozialen Bereich, da hat er sich auch Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wie man denn mit behinderten Kindern umgehen könnte. Da hat er nämlich geschrieben, Wenn man aber von den teufelsähnlichen Kindern erzählt, von denen ich einige gesehen habe, so halte ich dafür, dass sie entweder vom Teufel entstellt, aber nicht von ihm gezeugt sind, oder dass es wahre Teufel sind. Sie sehen also, behinderte Kinder sind also wahrscheinlich Teufel. Und daher hat Luther empfohlen, diese sogenannten Wechselbälge, dass man die doch besser töten solle, weil die ja auch gar keine menschliche Seele haben, sondern das sind dann Dämonen an der Stelle, wo dann so bei normalen, nichtbehinderten Kindern dann die Seele ist. Also ist das vollkommen okay, wenn man die ertränkt. Damit tut man ja der Welt dann auch was Gutes. Ach ja, der Luther, das war schon ein sehr markanter Mensch. Ich meine, wenn wir uns mal so zurückerinnern und so die Geschichte betrachten, wenn wir jetzt an einen Menschen denken, der sich stark gemacht hat für Obrigkeitshörigkeit, der gefordert hat, dass man Menschen, die nicht seiner speziellen Ideologie folgen, man töten soll, jemand, der über einen ausgeprägten Hass auf die Juden verfügt und sich dafür einsetzt, behinderte Menschen aus dem Volk auszulöschen, na, an wen denken wir da als erstes? Nein, natürlich an den Herrn Luther. Ja, also, ich weiß auch nicht, wie das Bild da jetzt reingekommen ist. Seltsam. Naja, jedenfalls hat natürlich so ein Mensch unsere Verehrung verdient. Da ist es dann auch wichtig, dass man für den so ein großes Tam-Tam veranstaltet, wie eben dieses Reformationsjubiläum dann 2017. Inklusive Playmobil-Figur. Und da greift die Kirche natürlich auch mal tief in die Taschen. Denn da wird es ja diese fünf Großprojekte geben, für die man dann einfach mal so kurz 50 Millionen Euro ausgibt. Das kann die Kirche natürlich nicht alleine stemmen, sondern die bekommen natürlich wieder hohe Zuschüsse von Kommunen, Ländern und Bund. Und das ist ja auch voll in Ordnung, denn so eine herausragende vorbildliche Persönlichkeit wie den Herrn Luther, den muss man ja auch gebührend feiern und verehren können. Ich bin jedenfalls gespannt, was da so auf mich zukommt und werde mir jetzt noch ein oder zwei weitere Flaschen vom Messwein gönnen, damit ich heute Abend auch wirklich schön schlafen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes und Martin Luthers Segen und wünsche Ihnen dann für 2017 ein wunderbares Reformationsjubiläum. Auf Wiedersehen.